Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Ipp und Ob. Ich bin Ipp. Ich bin Ob. Yay. Ja immer noch mit dem Tidus. Hallo. Warum auch nicht. Ihr habt euch alle beschwert bei ihm, dass er eine blöde Stimme hat. Keiner mag mich. Keine Ahnung. Wir nehmen gerade im Voraus aus. Wir wissen noch gar nicht wie eure... Beinung dazu ist. Wie nennt man das? Ja danke. Gut, dass ich dich hab. So. Und nachdem wir jetzt in der letzten Folge ne ganze Viertelstunde an dem einfachsten Rätsel der Welt saßen, wird das jetzt hoffentlich einfacher. Ich glaub du musst hiermit hoch und dann muss einer. Ja einer muss zu diesen Dicken. Doppeltöpfen. Okay, das machen wir. Wir kriegen das hin. Bist du bereit? Eins, zwei, drei, go! Oh, ich werd sterben. Nein, 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 nein. Hä? Oh. Oh mein Gott. Der hat reingepackt. Alles weins. Ne, ich glaub. Nein. Die kriegen... Ja. Egal. Schon alle nicht bekommen. Das wär witzig, wenn ihr jetzt stacheln gewesen wär. Stacheln? Perfekt. Perfekt. Rauf, 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 rauf. Das Spiel will uns doch nicht töten. Ne, komm zurück. Ja, 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 ja. Nochmal. Kommst du da von alleine hoch? Ja, gut. So, mal gucken, wann das nächste Rätsel kommt, was wir nicht lösen können. Ich glaub, das langt nicht. Ah, ich hab ne Idee. Nicht die Tüte. Obwohl, der Dimmtsamil ist aber auch Allgier. So, und jetzt? Jetzt muss ich. Kannst da gar nicht hin. Du, Tidus, ich kann da gar nicht hin. Ähm. Wir müssen dich da hochkriegen. Wie kommst du denn jetzt wieder hier? Achso, du kannst einfach da runterspringen, ja gut. Kann hier runterspringen. Müssen wir dich, dann kann man hier nicht durch. Kriegen wir dich da hoch? Geht ja gar nicht. Äh, doch. Komm nochmal wieder. Den anderen Weg, geh einfach durch das, ja. Durch das rosa-rote Fortal. Richtig. Dann musst du mich da hochlassen. Das bringt nix. Cool. Oder? Wenn du jetzt einmal rumläufst, dann kannst du mich... Ne, das bringt auch nix. Doch, 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 doch. Doch, du kannst ja unten lang. Ja, gut. Jetzt helfe ich dir hier hoch. Richtig. Dann musst du einmal rumlaufen. Ich will da hoch. So, jetzt laufe ich rum. Genau. Okay. Du, 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 du. Okay. Ich dachte schon. So, genau. Du kommst da einfach so hin. Und jetzt... Jetzt machst du das, was du eben gemacht hast. Aber ich komm ja... Ne, stimmt. Du musst... Geh nicht runter. Du musst einmal... Du bleibst da schön drauf. Ne, das bringt ja gar nix. Doch, weil ich ziehe jetzt hoch. Ja eben, das ist voll unnötig. Kann ich jetzt nicht... Hä, wofür ist denn das Ding hier? Okay, mach mal trotzdem. Vielleicht ist da oben irgend so ein Secret. Aber, 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 warte... Nein. Ich muss... Nein, du kannst auch so hier die ganze Zeit... Stimmt, stimmt, stimmt. Hey, das ist ja richtig unnötig, dieses Ding. Ihr soll das einfach nur verwirren? Ne, anders wäre ich ja nicht dahin. Ne. Äh. Keine Ahnung. Egal. Vielleicht brauchen wir das gleich noch. Richtig. Ja, weiß ich nicht. Keine Wohnung. Ne, ich glaube nicht. Hä, aber dann war das ja richtig, richtig unnötig. Hä? Sollte das jetzt wirklich nur verwirren? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Das ganze Spiel verwirrt mich schon. Kommst du da alleine hin? Ja. Ja. Okay. Oha. Äh. Da muss ich dir wahrscheinlich helfen. Okay. Hier auch wieder. Okay. Ne, warte. Hä? 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 Ich springe. Eine muss rüber. Ja, wir springen. Beide können eigentlich rüber. Ist eigentlich egal. Grau mich nicht. Gut, dann gehe ich. Warte, ich kann den Schwung nehmen. Ich hätte es ja fast. Ich gibt den Boost. Komm, komm, komm. Ich hätte es ja fast gemacht. Hey, hey, hey. Komm. Jetzt spring. Dann springe ich weiter. Solange du nicht auf den Rausspringst. Nein. Ich will die Punkte haben. Was auch immer die Punkte bringen. Ich bin zuerst. Ach, nee, nein. Ja. Nein. Oh mein Gott. Oh mein. Oh mein. Oh. Okay. Wieso haben wir das nicht eben so gemacht? Ich habe keine Ahnung. Oh, okay. Perfekt. Ja, gut. Verliert man Punkte, wenn man stirbt? War das jetzt schon das Level? Nein. Was denn? Guck mal, bei dir bist du nicht an den Bergen, oder wie? Jetzt bin ich weg. Hallo. Hallo. Wo ist ja du hin? Da war doch gerade was, oder? Da ist eine Wolke oben. Da kann man garantiert irgendwie hoch. Versuch mal hinter diesem Gebüsch hier irgendwie hoch zu hüpfen. Kannst du da irgendwie hoch hüpfen? Hüpft die ganze Zeit. Weil dahinter ist noch so ein... Warte, da. Ich habe gerade auf dem Bildschirm gezeigt, aber hier ist ja so ein rotes Ding. Und hier ist so ein lila Ding. Ich finde hier nichts. Nicht? Ja, aber ich weiß, was du meinst. Okay, schade. Wäre aber naheliegend gewesen. Interessant. Lass uns das erstmal auf uns wirken lassen. Ah. Oh. Ja. Bringen wir dich ja erstmal hin. Ja, bring mich hoch. Get me up to the limit. Up to the limit. Oh man. Ich glaube, ich gehe mal nach da oben rechts. Nee, helf mir einfach hier hoch. Nee, du hilfst mir hoch. Ich helf dir hoch. Okay. Haben wir uns da geeinigt. So, kommst du jetzt da links hoch? Nee, ne? Nope. Oder? Oder? Vielleicht ganz knapp? Nein. Sicher? Nee. Nee. Also ich bin gerade von da, da durch und da hoch. Aber das bringt ja auch nichts. Dann kannst du... Doch, es bringt was. Ja, ja. Ich habe schon verstanden. Ja, ich habe gefehlt. So, nochmal. Dann springe ich einfach rüber. Guck mal, der macht gar nichts. Macht er was an der mich sieht? Nee. Oh, guck mal, der ist süß. Ich streiche... Es beißt dich bestimmt. Bist du bereit? Ja. Ähm... Wo muss ich dann hin? Nach rechts? Nee, ich muss da warten, damit du dann... Darauf kannst. Nee, damit ich dann links hoch kann. Nee, ist eigentlich egal. Nee, du musst einfach nur hoch. Du musst einfach nur hoch. Achso, stimmt. Kommst du jetzt weiter? Nee, jetzt kommst du hier runter. Geh einfach rechts lang. Dann gehe ich hier hoch. Ah, das war dumm. Ah, nein. Wir müssen das nochmal machen. Tut mir leid. Ich hätte springen müssen. Also, springen. Da hoch. Darüber? Darüber. Schon wieder vergessen. Gut, dass du da bist. So, ich kann auch auf das Ding da links. Nein, nein, nein. Nein, du springst jetzt rechts. Und ich muss hier einfach springen, dann sind wir nämlich beide da drüben. Abby. Ich kann davon hier auch darüber. Genau. War das jetzt richtig? Schaffe ich das? Schaffe ich das? Darüber? Schaffe ich das? Ja, nee. Nein. Ich denke nicht. Ah, Gott. Wie heftig der explodiert. Boom. Ist das überhaupt die richtige Art und Weise, die wir hier machen? Frage. Also, da hoch. Ich glaube, das war schon mal richtig. Ja, das sieht gut aus. Dann darüber. Aber wir müssen ja irgendwie hier runter auch kommen. Ah, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Also, so war es, glaube ich, richtig, ne? Ich muss wieder da hoch. Ne, 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 gell? Ne, ne, warte, 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 noch nicht. Warte, warte, warte. Nein, ist doch alles richtig, oder? Nein, ich habe eine Idee. Nein. Ach, das hat ja eben auch schon nicht funktioniert. Ich wollte es auch nochmal ausprobieren. Ach, guck mal. Scheating. Komm, wir bringen uns um. Scheating vom Feinsten. Ne, wie machen wir das? Nochmal wie eben. Ja, ja. Ich sage viel zu oft, ja, ja, fällt mir gerade auf. Ja, 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 ja. So, jetzt springst du da hin, genau so, jetzt spring ich hier rauf, so, jetzt springst du da rum, bleibst du da oben aber stehen. Okay, wenn du das willst. Jetzt gehe ich hier hin. Ah, ja, das ist schlau. Ja, geh durch. Und jetzt gehe ich hier rauf und jetzt springst du da rauf. Und dann gehst du da unten hin. Und jetzt bist du gefangen. Sehr gut. Ja, dann sammle den erstmal ein. Mach den kaputt und sammle ihn ein. Genau. Das ist ja alles möglich. Und wir kommen ja beide da ganz easy hin. So wie wir es halt eben gemacht haben. Ja, genau. Nein. Doch, du kommst. Ja, 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 perfekt. Alles gut. Yay. Kommst du? Ja. Woll. Ähm. Ah ja, stimmt. Wollte. Ich komme. Aber wenn. Doch, man kommt da links einfach wieder hin. Ja, aber dann komme ich da ja nicht rüber. Ah doch. Da hast du. Okay. Wir denken einfach viel zu kompliziert. Ist echt so. Moment. Ah. Denk echt zu kompliziert. Easy. Profis. Ich glaube, ich komme hier so hoch. Na ja. Okay. Oha. Oh nein. Oh ja. Nein. Man muss echt auf dem drauf landen. Das funktioniert nicht, das, wenn man gedrückt hält. Ich kriege das hin. Willst du auf mir drauf? Ja. Dann fehlt wenigstens nur einer. Oh nein. Jetzt. Ja. Oh. Sehr gut. Okay. Und da muss glaube ich... Ja, du springst und ich spring rüber. Eins, zwei, go. Okay. Perfekt. Das hat funktioniert. Ich frage mich, ob man die Dinger schon berühren darf, nachdem die zappeln. Willst du jetzt nicht ausprobieren? Probier es lieber nicht aus, ja. Okay. Das war einfacher als gedacht. Gleich... Ah, ich dachte, dass das gerade ein riesiges rotes... Ah ja, stimmt. Okay. Zu dritt wäre das Spiel bestimmt richtig kompliziert. Das kann man ja nicht zu dritt spielen. Oder zu viert. Kann man nur lokal... Das sollte ein Herz übrigens sein. Das kann man nur lokal und... Also lokal-Multiplayer und Online-Multiplayer spielen. Man kann das aber glaube ich auch mit... Random-Personen spielen, einfach im Internet. Ja, da fehlt es halt an Kommunikation. Ne, da hat man ja dann diese Dinger hier halt. Dann sagt man nicht, hier, du musst da hin, danach musst du da hin. Und dann da und dann so und dann ja ja und dann genau und dann da. Und dann da und dann genau und party party. Ja, einer... Ja, du darfst, bitteschön. Kommst du auch so hin, oder? Ja, eigentlich schon. Aber da nicht. Ah, 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 ah. Dafür brauchen wir das. Nein, wir müssen hier hin und her. Komm her. Komm wieder zurück. Das muss ich eh umlaufen. Einfach doppelt hin und her. So. Also du kickst mich hier hoch. Dann kick... Ne, warte, ich muss hier rauf. Dann kick ich dich da hin. Dann musst du auf das gelbe Ding hier. Und ich muss da ganz schnell hin, dass du... Genau. Perfekt. Easy. Einer wieder oben lang? Ja. Das ist glaube ich immer die beste Idee. Du, 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 da, da. Was? Das war's schon? Aha. Nein, du bist bei der Partymenge. Oh Gott. Oh, ich kann das nicht rückwärts lesen. 391 von 420. Okay. Einen Level schaffen wir noch, oder? Ja, locker. Okay. Dann wird die Folge wieder über 20 Minuten, aber egal. Sieht komisch aus. Die Musik ist voll cool bei der Partymenge. Wollen wir hier auch schon tanzen? Ne, aber dann kann man tanzen. Bei diesem Glitzerzeug. Okay. Komm vorher. Quasi on the edge hier. Oh. Boing. Tut, 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 tut. Ich mag den Soundtrack. Ich mag den Soundtrack. Ich mag den Soundtrack. Hat er gerade jemand gesungen? Also, ich weiß nicht. Warte mal. Dün, dün, dün. Dün, dün. Ich habe eben eine Frauenstimme gehört. Egal. Okay, dann war ich es bestimmt nicht. Oder etwa doch. Guck mal. Ein Mond. Lol. Das ist so ein Auftrieb-Ding. Ach, echt? Ich will auch mal. So eine komische Blase. Tja, du bist leider zu schwer. Yay. Nein, du bist zu fett. Dann wird es irgendwie komplizierter Spiel noch wird. Ja, ich glaube, da kommen noch einige Mechaniken dazu. Ist das auch eine Blase da? Diese dunkle? Komm mal her. Wahrscheinlich, ja. Die bewegt sich so komisch. Wo denn? Das Ding hier. Ja. Ich habe die gar nicht gesehen. Aber. Ich glaube, das Spiel buggt bei mir. Er kann ein bisschen laggen, weil wir halt online spielen. Nee, bei mir ist er unsichtbar. Aber einer muss hier hoch, glaube ich. Nee, nee. Ich muss da schon rechts lang, glaube ich. Ja, aber dann kann ich das ja nicht einsammeln. Nee, muss ich auch gar nicht. Erstmal. Ja, keine Ahnung. Ich wollte hier erstmal rechts lang. Aber ich will nicht sterben. Die sind da da. So. Oha. Und jetzt? Und jetzt... ...gehe ich weiter. Tschüss. Bye, bye. Ah, shit. Okay. Hä? Voll. Warte, ich kann hier lang? Dann kann ich hier lang. Komm ich von hier nicht? Doch, okay. Äh. Hä, dann hätten wir ja beide lang gehen können. Oh, egal. Z... Uuuh. Moment. Da hoch. Da hoch, da hoch, da hoch. Warte, einer kann das ja kaputt machen. Eben. Gut. Nein. Nö. Okay, einer zur... Wow. Einer zur Zeit. Nein. Was ist das? Das ist ja voll kompliziert. Vielleicht muss man von diesem Ding hier das ausmachen. Nee, das geht. Du musst nur hoch genug. Ah. Ja. Ich bin zu klein. Von wo aus? Von hier aus? Nee, ist egal. Du musst nur da lang genug drinbleiben. Du darfst nicht direkt drüber. Ah. Warten, warten, warten. Guckst du. Angeber. Arrogatter YouTuber. Das stimmt auch gar nicht. Yay. So, nehme ich mit. Okay. Oh, wie weit das rauszoomt. Guck mal, jetzt voll der Chiller-Stuhl. Hier wohne ich jetzt. Tatsache. Oh, lass uns kuscheln. Oh, hallo. Wie, du halt auch so nach... What? Bist du auch gerade so rumgeglitscht? Nee. Mit deinem Bein, schade. Ja, easy. Jetzt muss ich hier runter. Ohne zu sterben. Auf das. Okay. Achso, ja. Nee, ich muss da hoch. Das geht ja gar nicht. Hä? Doch, das geht. Da hinten. Das nicht. Hä? Nee. Was war da? Nee, da war nix. Nee, 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 nee. Also, du kannst da unten nur lang. Also, ich muss hier schon mal... Warte, ich kann auch weitergehen. Da gibt's doch bestimmt noch mehr. Du machst da schon. Da bin ich aber jetzt mal gespannt. Nein, die Punkte! Das ist auf jeden Fall ne Blase, aber... Ah, toll. Ja, du musst... Ah. Ich glaub, das bringt nix, wenn du da weiter rechts lang gehst. Lol. Was? Was war da? War da ein Gegner? Da war ein Zickzack... Oh. Hä? Ach, hier ist so ein Auftriebding. Nee. Aber hier sind so Partikel. Siehst du die? Hab ne, ich hab ne, ich hab ne, ich hab ne, ich stell dich mal hier rauf. Wenn du neu spawnst, stell dich mal so schnell es geht da rauf. Ja, das wär doch Cheating. Da unten sind Blasen. Da unten sind Blasen. Wo? Da. Ich seh ja keine. Hier. Ich seh die wirklich nicht. Und da ist eine. Gut, dann muss... Dann muss. Muss, muss, dann muss. Ich kann dir nicht helfen. Doch, ich kann dir, ich kann hier hochhüpfen und dann solltest du die bekommen. Achso. Geh auf den Kopf. Hüpf, hüpf und... Und dann musst du mir da... Ja, ich glaub das war... Ja, ich seh die halt nicht. Also, ich seh nochmal einmal... Da ist einer. Okay. Und da. Okay. Gut. Let's go. Siehst du die echt nicht? Das ist ja voll doof. Ich weiß nicht, ob ich das in den Effekten irgendwie einstellen muss. Ja. Und... Ne, achso, da war auch noch einer. Okay. Ah. Den hast du ja schon... Ne, haben wir nicht. Okay. Jawohl. Okay, 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 okay. Nein, komm ich nicht. Ja, den haben wir aber schon. Oh, den helf ich. Oh, den helf ich. Ah. Hey, ich helf dir gleich. Okay. Ich glaub nicht. Ich glaub auch nicht. Komm ich da nicht selbstständig hin? Egal, ich hol mir jetzt die Punkte. Ich mach mich da... Du musst aber noch hinkommen. Doch, du kannst ja... Ja, ja, ja. Boah, ist das hohl. Okay. Boing. Da unten ist auch noch... Oh, das war zu früh. Da unten ist auch noch so ein Special-Ding. Ich komm grad nicht zurück, warte. Äh. Versuch das mal zu machen, ohne die auszusammeln. Ne, ne, kannst du doch. Echt? Ich kann doch da durch. So, jetzt... Und jetzt zum Special-Ding, ja? Ja, kommen wir da jetzt überhaupt noch hin? Doch, da ist ne Blase. Aber die bringt uns nix. Lol, okay. Kannst du die mit der Blase rein? Ne. Immer da hin. Ich komm zurück. Jetzt komm ich hier hin. Oh, Stille. Hä? Ähm. Ist hier noch hin? Und wie denn? Wenn du da nach rechts gehst und dann noch rüberspringst. Wie? Da, da. Ach so, jajajaja. Daran hab ich nicht gedacht. Ja. So. Gehst du da und jetzt komm ich rüber? Okay. Jetzt bist du genau da, wo du eben aufwandst. Was stehst du? Äh, ich spieße. Da ist übrigens ne Blase, weil du die nicht siehst. Stimmt. Aber wie kann ich die denn zum Vorteil nutzen? Das ist nur, damit man da rechts rüberkommt, aber... Wann ist die wieder da? Ist wieder da. Die ist eigentlich sofort wieder da. Kriegt man das Ding? Joa, keine Ahnung, ey. Joa. Wir lassen das aus, aber auch doof. Ich will das haben. Wenn ich... Ah, ich hab ne Idee. Komm mal zurück. Aber ich will hier bleiben. Ja, du bist ja gleich wieder. Und du... Jetzt springst du auf mich drauf. Wenn ich springe, springst du da durch. Ah. Hier ist sogar noch ne Blubberblase. Ja, gut. Wenn du die Blubberblase nicht siehst, ist das natürlich ein bisschen doof. Ja, ich helfe dir erstmal. Oh, da du hin mir. Ja, gut. Ich helfe dir. Oh. Blubberblase ist da. Ah, ja. Stimmt, warte. Echt blöd, dass ich die nicht sehe. Ja, müssen wir mal gucken. Da ist auch noch... Ja. Was auch immer die bringen soll, ich weiß es nicht. Ach, einfach nur um wieder... Okay. Jojo. Ja, stimmt. Jojojojo. Einfach um wieder zurückzukommen. Oh. Yeah, endlich mal ein grünes Portal. Ich habe sie so vermisst. Hefs mir nur... Hefs mir... Hefs mir. Das eine... Die siehst du? Die siehst du? Ja. Aha. Nö, 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 nö. Ich helfe dir nicht. Oh, bitte. Na gut. Aber nur, weil du es bist. Dankeschön. Bitte. Ich glaube, das war nicht richtig. Ich bin da von ganz rechts genau. Hi. Jetzt muss ich da durch. Äh, nein! Oh. Oh nein. Nee. Jetzt muss ich voll lange warten, ne? Ja, nochmal. Oh, ich darf es nicht verhauen. Das sieht aus wie eine Mickey-Maus. Verhauen darf ich es nicht. Langsam. Ich Yoda sein. Warten, warten, warten. Oh ja. Verhauen ich es nicht darf. Yoda, ich bin... Aufpassen, du müssen. Was? Ich habe dir gerade nicht zugehört. Aufpassen, du müssen junger Baderan. Ja, ja. Ist klar. Ich bin aber der Grüne. Ich bin Yoda. Gesehen, du haben. Was bin ich? Die Blopperblasen siehst du auch, ne? Ja. Hüpfer, komm mal hoch, dann genau. Fein. So. Ich schaff das, ich schaff das. Einfach hier hin. Ich habe die doch berührt. Hä? Over the way. Hopp. Hopp. Two, three, four. Hopp. Three, four. I'm the way. Hä? Die kloppen sich hier gerade voll. Oh, oh. Oh, das kann das werden. Nein! Warum ist die geplatzt? Jetzt. Okay. Juhu! Hä? Ja, ja. Ah, jetzt komme ich da nicht mehr hin. Warte, ich mache das. Warum? Du bist einfach zu dick. Sehe es endlich ein. Piuu! So. Ähm. Du schaffst es also alleine, ja. Der auf jeden Fall... Urteil Sache. Warte, warte, ja. Jetzt. Mach. Gut. Ähm. Easy. Risky. Aber du hast alles unter Kontrolle. Ja. Noch. Boing. Ähm. Ah. Ich mag diese Blubberbläschen. Bilder hoch. Warte. Warte auf mich. Komm. Wir nehmen Gustav mit. Gustav. Komm mit, Gustav. Und Fred. Nee, Fred ist schon tot. Und Gisela. Und Mathilda. Ja, Fred ist leider gestorben. Oh, guck mal, ganz viele Babys. Weißt du doch gar nicht. Meinst du, die werden später diese, diese Dinger hier? Das kann gut sein. Hä? Der Fug? Oha. Yay. Hä? Okay. Ihr hört das zum... Ey, das brauchen wir tatsächlich, oder? Hätten wir oben lang gehen können? Hä? Wo bin ich denn? Ich seh nix. Ich seh nix mehr. Einer muss oben lang. Ich seh nix. Kannst du hier irgendwie runter? Nee. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Okay, warte. Ich komm doch mal. Kann man da nicht? Nee, da kann man... Okay, wir müssen beide da hoch. Oh, jetzt hab ich ein Problem, weil ich seh das nicht. Gleichzeitig. Siehst du die alle nicht? Ich seh die alle nicht. Oh, nein. Nein. Äh. 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 Ja. Hier ist einer. Ein kleiner. Dann ist hier der nächste. Aber ich glaub von rechts... Also geht's nur nach rechts. Von rechts ist das einfacher. Mach das mal von hier. Genau. Hüpfen wir. Ich weiß nicht, wo das Ding ist. Hüpfen wir. Ja, ich weiß nicht, wo das Teil ist. Eben ist was geploppt. Ja, weiter rechts, glaub ich. Ich glaub hier ist das... Also da in der Nähe. Ich seh dich halt nicht. Ja, hüpfen wir. Sprich nochmal runter, bitte. Ah. Oh mein Gott, also da, da. Mach einfach vor. Oh, da ist noch einer. Oder du kommst einfach mit. Geht das? Nee, ich glaub nicht. Die geht sofort kaputt. Okay. Also, pass auf. Guckst du zu? Mach's dir. Ich mach's dir nach, ja. Geh da schon mal rauf, damit du den schon mal hast. Und dann da, links, rechts, rechts. Pum, 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 pum. Da, da, links, rechts. Da, da, so. Und dann... Oh, ist das so. Lass mich mal zuerst. Dann hast du die Probleme. Nee, hast du die Probleme nicht, weil du siehst ja. Hey. Bin ich wieder da? Also, warte ich. Ja, ja. Mach mir die Route. Also, das ist blöd. Ich zeig's dir. Hier ist der erste. Dann, ja, 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 ja. Nee, ja, okay. Hat auch gepasst. Viel Spaß. Das ist echt... Wo bin ich? Das ist echt doof. Ich glaub, du musst links lang und nicht rechts. Oder schaffst du das? Ich schaff das. Okay. Ich hol mir Popcorn. Hä? Wo bin ich? Weiß nicht. Soll ich nochmal runterkommen? Nee. Okay, ich bin wieder auf dem Boden aufgekommen. Ich muss mal wissen, wo dieses... Hä? Woll ich echt nicht runterkommen? Hä? Wo brauch ich mich wieder zu langen? Ah. Ja! Wie auch immer ich das jetzt hinbekommen hab. So, einer muss da hoch. Ach du. Bitte, bitte stirb nicht. Würde ich doch niemals tun. Ping! Oh, aber süß, wie sie sich immer freuen, bevor sie sterben. Er hat mich erlöst! Yay! Okay, endlich. Na, wie viele? Das müsste relativ gut gewesen... Joa, elf. Immerhin. Er ist Gold geworden. Boah. Ja gut, die Folge... Okay, dann werden die Folgen wohl immer so 20 bis 30 Minuten lang. Wie sich das jetzt so auslöpig ist. Und dann würde ich mich auf jeden Fall wieder bedanken fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr auch nächstes Mal einschalten würdet. Titus bestimmt auch. Natürlich. Bis beim nächsten Mal auch wieder dabei, ne? Jawohl. Gut. Und dann, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und... Tschüss! Wiedersehen! Auf Wiedersehen! War was Neues? Cool!